Auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiedl. Dein Podcast mit alltagstauglichen Tipps und Impulsen für dein persönliches Wachstum. Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan. Ja, heute hat mein Podcast die Überschrift von einem Dichter. Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. Von Friedrich von Schiller, der 1759 gelebt hat bis 1805. Und der hat sich schon Gedanken gemacht, dass die Menschen damals schon zu viel gedacht haben. Also zu viel denken ist an sich kein neuzeitliches Phänomen. Was deine Gedanken mit dir machen, naja, das ist immer so eine Sache. Es gibt so einen schönen Spruch zum Beispiel in unserem Leben. Ja, sei dankbar, was du hast. Ja, und das ist auch ein guter Gedanke, der da ist, der, den ich heute mal mit zu viel Denken verbinden möchte. Also dieser, dieser Aussage, sei dankbar, was du hast, ja, bringt uns bei, auch mal zufrieden zu sein. Dankbar und demütig zu sein. Und das ist ja was sehr, sehr Tolles, denn das sind herausragende Eigenschaften, die besonders Menschen zugesprochen werden, die erfolgreich und reich sind. Doch wie so ziemlich alles hat auch dieser Gedanke eine dunkle Seite. Viele Menschen hören nämlich irgendwann auf, weiter nach ihren Träumen zu streben. Und das ist jetzt nicht nur bei dem Gedanken so, denn das ist ein Phänomen, was ich, ja, in den letzten Jahren immer häufiger beobachtet habe. Denn allzu oft kommt A durch diesen Satz oder ähnlichen Gedanken, ja, die vermeintliche Realität zum Tage. Ja, haben wir so Gedanken wie, ich schaffe es doch sowieso nicht weiter. Oder mehr kann ich nicht leisten. Mehr habe ich nicht verdient. Ist doch alles gut jetzt. Mir geht es doch eigentlich nicht schlecht. Und dann setzt ein ganz gefährlicher Kreislauf des Denkens ein. Wir fangen an, uns um diesen Gedanken zu drehen. Ganz langsam und ganz, ganz schleichend. Ganz oft entwickeln Menschen, die zu viel denken, Denkweisen wie, ich habe ja nichts oder ich kann ja nichts. Und da ist, ja, und da ich ja nichts kann, das ist der Rückschluss, ja, habe ich ja auch nichts. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Und dieser Gedanke oder diese Gedankengänge, die haben alle Menschen durch jegliche Gesellschaftsform. Und da wir ja in dem System leben, in dem wir einmal leben, entwickelt sich dieser Gedanke oft weiter fort. Diese Menschen entwickeln ein ständiges und starkes Mangelempfinden. Ja, ich habe keinen Partner, keine Partnerin, kein Geld etc. Also es wird immer nur darauf geguckt, wo der Mangel ist. Und irgendwie, ja, kommen dann auch so Gedanken, ich kann ja machen, was ich will. Das reicht nie. Viele Menschen fangen an, nur noch zu arbeiten, verlieren freundschaftliche Beziehungen, die Partnerschaften leiden. Und diese Gedanken führen auch zu einer permanenten Unzufriedenheit. Das führt auch zu Arbeitsdruck und Stress. Dass unzufriedene Menschen auffällig für Neid, Missgunst sind. Ja, das erwähne ich hier einfach nur mal ganz kurz am Rande. Zu viele Gedanken führen auch zu fehlender Einsicht. Unwillen zur Änderung, Schuldzuweisung, Ärger, schlechte Laune. Kommt dir da vielleicht etwas bekannt vor? Oft ist eine krasse Konsequenz daraus, dass die Menschen anfangen zu konsumieren. Also eine kurzzeitige Ersatzbefriedigung suchen, anstatt nach Lösungen zu suchen. Denn mit diesen Gedanken zerstörst du deinen eigenen Selbstwert. Ja, jede Woche, jeden Tag, jede Minute. Das Gefühl oder auch die reale Einsamkeit zieht daraus auch ganz häufig in das Leben. Ja, alles, was Menschen, die so denken, tun, macht ihnen keinen Spaß mehr. Wenn du zum Beispiel, also wenn du, lieber Podcast-Hörer, liebe Podcast-Hörerin, also wenn du nur noch selten Glück empfindest, wenig Freude und Unbeschwertheit verspürst, sich, ja, vieles trostlos anfühlt oder du ganz häufig mutlos bist, dann sind das starke Anzeichen, dass du dich gerade ruinierst. Du hast deine Gedanken nicht mehr im Griff, sondern sie beherrschen dich. Und diese Gedanken sind eben nicht ziel- und lösungsorientiert. Sie sind wie ein Mahlstein, der dich langsam zermürbt. Irgendwann kommt dabei ein Pseudo-Ergebnis raus. In meinem Leben wird sich ohnehin nichts ändern. Denn ich bin ein Versager. Diese Art zu denken ist weit verbreitet. Also, solltest du solche Gedanken haben, sage ich dir, du bist nicht allein. Ja, viele Menschen leben in diesem Horrorfilm. Ich beobachte schon seit ein paar Jahren, dass sich die Leute immer mehr fragen, war oder ist das schon alles? Ja, besteht das Leben nur noch daraus, dass ich immer nur funktioniere? Sie sind ständig auf der Suche nach mehr Sinn im Leben und sind voller Ängste, tragen ganz, ganz tiefe Wunden in sich und beschneiden ihre verwurzelten Bedürfnisse. Dieser innere Mangel bringt immer auch äußeren Mangel mit sich. Ja, so Gesundheitsprobleme, Geldprobleme. Ja, gerade Geld spielt oft eine entscheidende Rolle. Es wird irgendwie immer weniger. Und ja, ein erfülltes Leben zu führen, sieht anders aus. Da hast du völlig recht. Und doch ruinieren so viele Menschen freiwillig ihre Gesundheit, verschwenden ihre Lebenszeit, die verbrennen ihr Geld, sind unglücklich im Beruf oder unzufrieden in ihrer Beziehung. Durch die eigenen Gedanken sehen sie nämlich keinen eigenen Ausweg mehr. Wenn du einmal in diesem Gedankenkarussell sitzt, wirst du keine Perspektive mehr für dich sehen. Dein Leben dreht sich einfach weiter und da ist kein Karussellbetreiber, der den Stoppschalter drückt. Hör zu, du bist nicht auf dieser Welt, um deinen Tag irgendwie herumzubekommen. Du nicht und sonst auch kein anderer. Also, wenn du Menschen kennst, wo du siehst, die bringen einen Tag nur so rum, mach sie darauf aufmerksam. Wenn es Freunde sind, es ist deine Aufgabe, ihnen zu sagen, sie zu spiegeln und zu sagen, hey, das kann doch bei dir nicht alles gewesen sein. Du bist dafür nicht hier auf dieser Welt. Und wenn du das Gefühl hast, dass du nur noch funktionierst oder deine Tage nur rumbekommst, dann beobachte mal sehr konzentriert, wie du denkst. Was sind deine Einstellungen? Zum Beispiel zu Geld. Und ja, das ist ein sehr polarisierendes Thema, gerade Geld. Also das ist super geeignet dazu. Liebst du Geld? Willst du Geld? Oder ist Geld dir nicht so wichtig? Denn ganz häufig entstehen viele Probleme, die wir haben, aus allem Grund heraus, wir haben kein Geld. So, und jetzt habe ich noch einen letzten Impuls für dich. Merke dir mal einen Satz. Schreib ihn auf oder häng ihn dir in die Wohnung. Deine Gedanken sind wie ein Verstärker. Sie verstärken nur das, was gerade vorhanden ist. Fang an, auf dich zu hören. Vertraue deiner inneren Stimme. Was suchst du wirklich? Und fange an, wenn du die Antwort hast, dich darauf hin zu bewegen. Ich wünsche dir einen super Start in die Woche. Am Montag kommt der Podcast raus. Und sage bis dann. Der Jan. Ich wünsche dir einen